Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen, das ist gar nicht so einfach. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, auch wir arbeiten beide. Deshalb ist es eine der wichtigsten Aufgaben der Stadt, für eine gute Kinderbetreuung zu sorgen. Diese Angebote ständig weiterzuentwickeln und der Arbeitswelt anzupassen. Damit können wir dann auch die Familien lasten.